hallo wer in deutschland studieren möchte muss das deutsche notensystem kennen das bekannteste besteht aus den noten von 1 bis 6 hier sind sie 1 sehr gut 1. جيد جدا 2. جيد 3. befriedigend 3. متوسط 4. ausreichend 4. مقبول 5. mangelhaft 5. بعيف 6. ungenügend 6. بعيف جدا dabei gilt besser oder gleich 4 gilt als bestanden und zwischenschritte können mit dezimalzahlen dargestellt werden 1.0 sehr gut 1.0 جيد جدا 1.3 noch sehr gut 1.3 لا يزال جيد جدا 1.7 schon gut 1.7 جيد 2.0 gut 2.3 noch gut 2.3 noch gut 2.3 لا يزال جيد und so weiter alles klar dann lasst uns mal ein paar noten übersetzen 3.7 3.7 3.7 schon ausreichend 3.3 3.3 noch befriedigend 3.7 übriger 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 1.0 6.0